Du kriegst Servus Leute hier zu einem neuen YouTube Video von mir. Heute nicht alleine, sondern endlich mal mit dem Handwerker Gast hier auf meinem Kanal. Tobi freut mich wirklich sehr, bei euch hier sein zu können. Hab mich schon umgeschaut, wirklich sehr gut auch mal bei anderen Handwerkern sich neue Impulse zu holen. Wie gesagt, maler bist du ja, maler Meister sogar. Ja genau, ich bin maler und blockierer. Ich mach auch so ein bisschen Social Media wie du. Und ja, es ist auf jeden Fall cool, dass wir heute zusammen sind und den Tag verbringen. Ein paar Videos aufnehmen und ich freue mich auf jeden Fall auf die Challenge. Genau, wir machen hier eine Rauchwutsch-Challenge. Wir haben uns jetzt schon zwei Platt vorbereitet. Wir wollen einfach mal schauen, wie Geselle gegen Meister gibt es ja gegen Maler. Was so, ja, der Stand der Dinge ist. Du machst das ja so gefühlt wie ein Zag oder im Schlafen. Wir wollen einfach hier die beiden Platten hinziehen, dann einmal drüber reiben. Soll also nicht jetzt hier irgendwas in den Kommentaren, da wäre ich schon wieder, ach der ist nicht schön gerieben oder so. Soll hier nicht das Ziel, sondern einfach einmal drüber reiben, die komplette Fläche. Schauen wir einfach mal, wie schneller ist natürlich alles so auf Spaßbasis, um zu gucken. Und dann noch was sehr, sehr schönes. Natürlich haben wir auch an euch gedacht. Haben wir hier das CAT S62 Pro. Über 600 Euro. Wer hat das schöne Teil? Habt ihr das vielleicht auch schon mal gesehen? Auf unseren Kanäle hatten wir Kanäle. Hat man das auch schon mal vorgestellt. Was du dafür tun musst, einfach hier ein Like da lassen, ein Abo da lassen. Bei mir auf dem YouTube-Kanal und bei Tobi. Hab ich hier natürlich nochmal verlinkt. Irgendwo hier. Und dann einfach mal mitmachen. Dann könnt ihr das schöne Teil gewinnen. Ihr habt sogar mehrere Chancen, das Teil zu gewinnen. Gibt natürlich auch einen zweiten und dritten Platz, wo es auch noch Powerbank, Powerlicht glaube ich. Genau. Ja, das ist so ein Licht, wo man noch Handy anschließen kann zum Laden. Was sehr, sehr cool ist. Sag du mal kurz, welche Chancen es noch gibt mitzumachen. Genau. Also ihr habt insgesamt drei Phonzen zu gewinnen. Erstens hier auf dem Kanal. Dann auf meinem Kanal. Da lade ich auch ein Video zeitgleich hoch. Könnt ihr auch gerne anschauen. Und auf Instagram machen wir auch noch ein Gewinnspiel. Alles immer mit denselben Produkten. Ihr habt quasi dreimal die Faust zu gewinnen. Und dann würde ich sagen, mitmachen lohnt sich. Und ja, viel Spaß mit mir. Wir legen jetzt los. Drei. Zwei. 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 Musik Musik Jubel 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 Ey, du warst richtig schnell beim Aufziehen Wahnsinn Krass, ey Ey, da kommen wir so ins Spitzen, gell? Voll Das war irgendwie mal eine gute Challenge So Leute, ihr habt's gesehen Ja? Ja, ich hab leider verloren Der war nicht ein bisschen, ey Das war da los Ne Natürlich, also Spaß, muss er auch hier Das Gute halten, muss er auch betonen Hier extrem wenig auf dem Boden Bei mir sieht's schon ein bisschen schlimmer aus Das ist auch ein Thema Gibt's da natürlich wieder alle Ehre gemacht Ne, also vielen Dank, dass du mitgemacht hast Beziehungsweise auch dein Leben, muss ich auch sagen Dass wir hier einen kleinen Challenge gemacht haben Ne, war echt cool, hat mich voll Ähm, ja Liked er lassen auf jeden Fall Wenn ihr noch was sehen wollt Wenn ein paar Likes auf jeden Fall da sind Oder so natürlich auch Laiset Tobi mal zu mir ein Machen wir da noch verschiedene Challenge Ja, auf jeden Fall cool Da können wir auch noch viel machen Äh, ja Ja, auf jeden Fall Nicht das Gewinnspiel vergessen Ich hätte vorhin wie gesagt Ihr gewinnen Hab ich ja am Anfang nochmal gesagt Kannst du nochmal drunter schreiben Weil es ja für Tün 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 bist Und ja Wir sehen uns beim nächsten Mal Servus, hat viel Spaß macht's Ciao